Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen hier zu einer weiteren Runde von Hogwarts Legacy. Ja, wir sind zuletzt hier in Hogsmeade gewesen. Ups, hallo, guter Mann. Bin ich da reingerannt? Sehr interessant. Verschwinden die. Tatsächlich. Tatsächlich, die gehen also tatsächlich aus. Sehr interessant. Gut, ja, wir haben zuletzt unser Einkauf erledigt und in eine andere Richtung. Okay, kurz FPS-Einbrüche. Aber es regelt sich wieder. Wir müssen mit Sebastian Salow sprechen. Oder gar nichts. Oh ja, warte, ich habe auch den Ton ausgemacht, glaube ich, für das Spiel. Was wir sonst noch anstellen können. Gut. Okay. Ah, toll. Okay. Bombarders! Locked them from the houses! Close them! äh, CTRL S-Steuerung, ja nehmen wir diese englischen Dinger an, ok jo, ok, es ist mit den FPS-Anbrüchen natürlich nicht so gut ja, tut mir aua rausgewichen aua 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 alte Magiewurf ok, interessant aua 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 yay sie wissen, dass sie da blinder Wicht flog toll gemacht wir haben eine Rundschaft freigeschalten aua oh nein noch ein Troll haben sie beide etwa einen ausgewachsenen Troll gestellt? alleine anscheinend ehrlich gesagt geschah alles sehr schnell bei Merlins Bad geht es ihnen gut? ja und wir helfen immer gern helfen ist eine Untertreibung mit solchen Nerven haben sie das Zeug zum Aurore wenn sie mich fragen wenn sie unverletzt sind könnten sie beide mir vielleicht helfen wieder Ordnung in ein paar Dinge zu bringen ok natürlich Officer Singer Officer Singer und vielen Dank nochmal ok, das heißt ein Officer, interessant ok, ähm dann machen wir das ist nicht so cool, dass ich ein paar FFs anbringe habe hier und da, aber ich will suchen, dass er kurz danken ich schaue mal was er will probiere die Schäden ähm zum Glück haben sie nicht mehr zerstört hier auch noch was? nö ok, ich habe eine Questmanie äh Navigation haben auch gut dann probieren wir das hier noch wunderschön wunderschön jetzt noch was auf jeden Fall Reparung jetzt hat Officer Singer eine Sorge weniger hier ist auch noch was das reparieren wir beautiful so da ist noch was da ist noch was schön, dass das alles schön weiß hinterlegt ist natürlich so tut uns auch noch was dass das ganze Haus da eingerissen wurde wenn mich das alles wieder aufsetzt das ist echt cool animiert aber ui kann ich alles abschnippeln interessant gibt das was oder haben wir das jetzt einfach nur geschnippelt ok waren das noch gar nicht sieben eine Katze ich streichel nicht mal gut gut jetzt werden wir dem Ladeninhaber sprechen von was ist das hier Gladrax Wizardsware also der ja äh Hersteller für Kleidung alles hallo gut Augustine hallo Hallo Sir ich glaube wir kennen uns noch nicht ich bin entzückt Orgastis Hill Tuch und Kleiderhändler der Extraklasse ich danke ihnen für ihre tapferkeit im Kampf gegen diese Trolle ganz zu schweigen davon dass sie Hogsmeade wieder in einen ansehnlichen Zustand versetzt haben war mir ein Vergnügen einen Org des Merlin hätten sie verdient aber ich kann ihnen etwas viel nützlicheres anbieten ok mir gehört Besenknechts Sonntagsstart in meinem Inventar befinden sich einzigartige Dinge die einen gewissen Schutz bieten lebensrettenden Schutz da ich annehme dass da ihre letzte gefährliche Auseinandersetzung war gebe ich ihnen einen Satz solcher Roben zum Dank für ihre heutige Tat ähm nehmen wir das an wir nehmen das mal schon an ist ok danke Mr. Hill das ist sehr großzügig das ist doch das Mindeste dann probieren wir das hier doch mal an ja? wir suchen wir schon mal aus was uns wird ok wir haben heute viele Waren lassen sie sich Zeit das ist also das was wir kriegen sie werden nicht enttäuscht sein das besser ist jetzt Ausrüstungsbildschirm aber wir haben schon bessere Kleidung als das da aber wir haben schon bessere Kleidung als das da also jetzt muss ich die Grafik tatsächlich einstellen noch mal ein bisschen nieder ist jetzt leider wir wollen ja erstmal alles behalten außer es kann sein dass hier ist Sachen ähm also ist ja noch nicht ich habe euch die Stufe wahrscheinlich dafür irgendwie den tragen zu können wieso sie haben ein gutes Auge für Mode ich finde wir haben uns ein Butterbier verdient meinst du nicht? dann vergesse ich vielleicht dass ich fast zu Trollfutter wurde da kann ich dir wirklich nur zustimmen perfekt die drei Besen sind gleich hier lang naja also in die Katze ist zumindest genug Platz jetzt gehen wir kurz aber ins Inventar und hier ne Sammlung können wir auch einmal kurz aktualisieren hier den Troll haben wir jetzt kennengelernt hier Panzerter Troll sehr gut und ja das ist super für Ausrüstung hier Mendel und Umhänge wir wollen hier unseren Trifektor tragen nicht den hier genau und auch den hier ja so passt es besser das war das was wir da auf Stufe 6 erst tragen konnten Halsbekleidung hm Handbekleidung da ja hier Burgunder Rote Quilletscharnschuhe Stufe 6 ähm kann es sein dass das hier ist das unser Maximum an Platz wir haben können oder so bzw. dass die Sachen überhaupt kriegen können ich weiß es nicht genau wir werden sehen haugliche Gegenstände wenn sie welche brauchen schauen sie sich nur ganz in Ruhe in meinem Laden um ja so Salo du ist da raus ich folge dir ja mhm aber ich schalte mich mal kurz in die Einstellung rein das ist ja doch das ist jetzt meine Keysighter aber jetzt ist grad ein bisschen viel ähm hier ist alles auf hoch gesetzt da ist ja schon runter ähm das frisst besonders viel Nebel könnte ziemlich viel fressen Sichtdistanz wer hätte hätte Populationsqualität ähm mehr durch ich vermittelt auch wenn wir jetzt Sichtdistanz vielleicht auch ganz Textonqualität Schottqualität Nachbar das ist jetzt die Qualität Nachbar also für die Umgebungsverdeckung Tiefenschärfe machen wir das nochmal ein bisschen runter ähm das auch mal runter ähm ja so 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 alles kurz laden jetzt weiter gehts wenn da drin nicht das totale Chaos herrscht triffst du vielleicht Cirona die Besitzerin es ist gut sie zu kennen ok ok wir werden ein bisschen geskippen nicht dass es ewig dauert dass wir es wieder hinlaufen so das war doch gut hm da ist ein Kubot du sagst du kommst in Hogsmeade an das Kind ran dass du lediglich eine Ablenkung brauchst und die habe ich dir gegeben ich habe gerade gesehen wie deine Ablenkung beseitigt wurde ja und wärst du noch halb auf dem das Kind was verschweigst du mir was verschweigst du mir du musst nur wissen wenn du nicht an das Kind ran kommst dann bist du für mich wertlos weg hier weg hier hm wurden wir entdeckt ich glaube nicht was hat der Kobold mit Victor Rookwood zu schaffen Renrock arbeitet mit Rookwood der Kobold vom Tagespropheten ich wusste dass ich ihn kenne schnell los gehen wir in die drei Besen rein hm hm ah ja klapp, klapp, klapp es war schön dich zu sehen, Lord Gok ich sag Bescheid, wenn ich was höre danke, Seerunner dann bis bald oh, was kann ich oh ein neues Gesicht in meinem Laden ist mein erstes Mal hier willkommen ich gebe euch einen aus hört sich gut an dieser Angriff ich schaue später nach den Ladenbesitzern und Bewohnern immerhin sind sie wohl auf ich hatte Hilfe hat ganz allein ein Troll besiegt wirklich gut gemacht danke dafür aber gern sehr bemerkend, dass die eine Menge stimmert Trolle in Hogsmeade das hatten wir ja noch nie das ist ein trans Charakter merkwürdig die einzigen Unholde, die uns plagen sind sonst ah wie passend war das Lord Gok gerade eben die Kundschaft war auch schon mal besser, Seerunner keine Sorge, Viktor wenn sie erst weg sind wird das meiner Kundschaft nur zuträglich sein würde ich an ihrer Stelle lassen, Theophelesse na na das Theater können wir uns doch sparen ich bin nur aus einem Grund hier mein Gast genießt ein wohlverdientes Butterbier es dauert nicht lang war ich nicht deutlich genug mein Gast ist gerade beschäftigt man sollte meinen, dass ihr genug Blut vergießen hattet komm Theopheles mit den drei Besen geht es bergab ist unsere Galleone nicht wert du kannst nicht ewig Butterbier trinken mh doch natürlich kann ich das sie haben sich einen mächtigen Gegner gemacht Vorsicht Rookwood und Harlow sind schlimmer als alle Trolle dieser Welt so Harlow, Granrock und Rookwood? was verheimlichst du mir? ich werde dir alles erzählen aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür erfahren wir vielleicht auch ein bisschen mehr weil wir selber wissen ja auch nicht viel mehr außer in diesem Sinne ich denke wir sollten zum Schloss zurückkehren ok dann ist irgendwas was wir einfach gehen können uh, wir kommen essen nice das ist gut dann so, sonst noch was hier ich bin eigentlich für mich würdest du noch hier bleiben? ich würde mir hier gerne noch ein paar Sachen erst mal ein bisschen anschauen hier sieht sehr daheimlich aus sehr schön ich muss noch ein bisschen was trinken und ich darf noch was essen cool und noch mehr trinken trinken die Leute dann auch hier alles aus hört sich gut an wir haben noch mehr austrinken ja ok oh, jetzt Kuchen Törchen hm, einen guten ja, bleib stehen das ist doch gut dann kannst wir wirklich in aller Ruhe alles anschauen ich würde mich gerne hier hoch einmal und das anschauen sieht und sehr kurz sehr gemütlich mal ein kleines Erkatzzimmer und da war noch so eins das geht hier schnell sehr weit hoch das sind nämlich die Kammern oh ne, wir kommen ja auch raus oh eine Hintertür sozusagen interessant wir lassen den Laden jetzt passt das so ich bin da, Salah wo ist du hin? ok ich bin froh, dass Sirona da war ich sagte doch sie ist eine von den guten ja, das stimmt sie schien gar nicht eingeschüchtert von Rookwood und Halo du musst mir aber erklären warum Victor Rookwood es auf dich abgesehen hat vielleicht später erst mal sollten wir zurück ins Schloss Professor Weasley erfährt sicher bald von dem Trollangriff wenn sie es nicht schon weiß ich riskiere lieber keine Strafarbeit weil wir zu spät zurückkehren ja schuld ist es heute Abend ich muss für die Nacht die Gemeinschaft von Hoxville benutze die Karte M jetzt gibt's ja die Teleportation aber ich will die nicht ich will die eigentlich nicht teleportieren die Taste für die Karte von Hoxville mach kurz aus die Anzeigen Schnellreise zu den Gemeinschaftsräumen ok Schnellreise zu den Gemeinschaftsräumen genau eigentlich wollte ich gar nicht schnell reißen aber egal weil es wird wieder so ewig dauern ich bin jetzt aber deutlich schneller mit dem Laden oder? ich bin dann fertig geladen ich bin dann fertig geladen mein Laptop ist aber nicht der neueste das ist halt nicht so gut aber ich will das Spiel trotzdem spielen deswegen müssen wir uns damit zurechtfinden dass das halt ewig länger dauert jetzt kannst du ja im Video einfach vorskippen aber ich hab leider die Zeit um mehr extra wie jedes Video durchzuschauen und diese Dinger dann hier auszuschneiden deswegen werden die mit drin sein aber wie gesagt ihr könnt das einfach ähm überspringen nehm ich euch jetzt kum und ja eigentlich hab ich natürlich Zeit um hier ein bisschen in aller Ruhe zu labern ohne dass bei den ganzen Cutscenes ich ständig dazwischen labern muss dann deswegen ich hab auch ein bisschen Schwachsinn labern währenddessen yay so haben's geschafft sehr gut scheinbar nächster Morgen zu sein jetzt weil es ist wieder hell draußen auf der Aktion willkommen in Hogsmeade sehr gut nochmal xp wir sind aufgestiegen wir sind schon bei 6 weiter nach unten ich glaub jetzt nach oben ups ja ja ok ich hab Eulenpost erhalten dann schauen wir nochmal rein gut ich hab Eulenpost ich hab Eulenpost das wird gesehen wenn Charaktere die du getroffen hast anfangen unter Neuigkeiten für dich haben wähle Brother Fick um seine Eulenpost anzusehen kommen sie zu mir ich habe das in den Medaillon das wir in Gringotts gefunden haben entdeckt ok dann machen wir das dieses kommt sie zu mir ich habe etwas im Medaillon aus Gringotts entdeckt ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch ich freue mich damit vor gut machen wir uns mal auf den Weg zu ihm wird wahrscheinlich jetzt bestimmt irgendwo sonst so sein aber ich möchte das trotzdem laufen einfach weil es so viel cool aus so und hier raus noch einmal gleich wenn er ein Spiel laden hat hier die Texturen einmal laden sehr gut witzig so boah da bricht die Sonne aber ganz schön rein uh wir müssen hier weiter runter und hier runter ja nicht so weit hier hoch und durch diese Tür hier und die Lenkpflaumen wieder und das reingehen dann öffnen sich die Türen direkt ist irgendwie cooler für die Atmosphäre ja kurz auf 1FPS gedroppt not bad so wir sind gleich da oder ne wir sind hier hoch ähm aber ein Geister ähm so jetzt sind wir gleich da und zu ihm rein ups 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 ich weiß nicht kann man sich irrefrieren ne ist erschwindet einfach oder war das die andere Wase hier war das die Wase die wir zerstört haben ne die verschwinden einfach nur ok schade dachte ich kann jetzt wieder reparieren gut dann einmal hier rein sieben warten da ist er fuck so können wir mit ihm interagieren jetzt machen wir es noch obwohl ich da ja noch einen Auftrag jetzt oder gehen wir nehmen wir diese Folge hier schon denn über die Kommentare geschrieben dass ich das äh die ich es auch eigentlich nur in kurzer machen soll und deswegen ähm genau das ist die Frage ja wir sind jetzt schon über die 20 Minuten drüber und deswegen ist die Frage ob ich ein Dashy Ben Robbers noch bei uns eben sie anhören dann wir nehmen die Auflage an dann wissen wir was bis jetzt die nächste Folge schön sie zu sehen sie auch Merlin sei Dank sind sie unversehrt ich habe von dem Angriff gehört Trolle in Hogsmeade Sir die Trolle haben Rüstungen getragen sie glühten dunkel so wie das Drachenhalsband Koboldsilber Renrog hat damit den Drachen kontrolliert aber wie und warum schickt er Trolle sie waren meinetwegen da ich habe gehört wie Renrog mit Viktor Rookwood sprach Renrog war ein Hogsmeade mit Rookwood die Trolle waren Renrogs Ablenkung damit Rookwood mich holen konnte das hätte er geschafft wenn Sirona und die Gäste im drei Besen nicht eingegriffen hätten das ist nicht gut wenn Kobolde und Schwarze Magier hinter ihnen her sind wollen sie was wir bei Gringotts gefunden haben ok so zu den Kobolden in Gringotts holen sie mal Apropos Gewölbe denken sie Renrog arbeitet mit Kobolden aus Gringotts zusammen? nein die Kobolde von Gringotts sind zumeist nicht die freundlichsten Wesen aber sie sind höchst zuverlässig nein nach der Sache mit dem armen Bankier wage ich zu behaupten dass die Kobolde bei Gringotts keine Anhänger von Renrog sind ok dann schau mal sie wollen das Medaillon sie sagten sie hätten etwas darin entdeckt ja ja ich entdeckte eine Inschrift als ich sie laut vorlas erschien diese Karte clevere Verzauberung es ist zwar eine Karte von Hogwarts aber ich weiß nicht wohin sie führt sie führt zur Bibliothek genauer gesagt in die verbotene Abteilung und etwas weiter ich sehe Spuren von Magie auf der Karte ich dachte mir schon dass sie etwas sehen brechen wir auf ich weiß ihren Enthusiasmus zu schätzen und ich bin ebenfalls gespannt was wir dort finden aber wenn unsere Erfahrung in Gringotts ganz zu schweigen von Miriams Schicksal mich etwas gelehrt hat dann dass diese ganze Sache höchst gefährlich ist ich möchte dass sie mit Professor Hackett arbeiten bevor wir fortfahren aber wie gefährlich kann es in der Bibliothek sein wir suchen doch nur ein Buch vielleicht geht es wirklich nur um ein Buch aber wir sollten auf alles gefasst sein kommen sie zu mir wenn sie ihre Verteidigungszauber verbessert haben Miriam war die Frau von ihm glaube ich was ist das da hinten Rebellion leuchtet sehr interessant was da ist irgendwie relevant Lumos auch nichts auch nichts auch nichts auch nichts okay wir können ja nichts machen glaube ich selbst gelieft vielleicht mache ich das ein andermal ja wir können das noch nicht machen was können wir hier mal machen so eine ist so wo ist die unter mir werde ich bei Professor Hackett ja die ist nicht hier du verteidigst neuerdings also Hogsmeade gegen Trolle man kann es auch übertreiben weißt du nö 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 okay Lebiose Reparo ich werde es wieder aufrichten warum lässt er mich das nicht aufrichten sondern lässt sich verschwinden das finde ich unbefriedigend aber okay gut ich würde sagen an der Stelle behalten wir dann aber die Folge jetzt ich würde es euch gefallen wenn ja schreibt mir das ganze doch in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder tschüss